Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem weiteren Video. Voll dumm eigentlich, dass ich sage, willkommen heute zu einem weiteren Video, weil es eigentlich das erste Video heute ist. Mir wird hier einmal relativ oft gesagt, ich soll mal wieder die Sachen spielen, die ich damals gespielt habe. Deswegen spiele ich mal wieder Akinator und suche ganz normal wie früher ein paar Sachen, wo ihr sagt, dass es die nun beim Akinator gibt. Let's do this. Als allererstes suchen wir mal dieses Kissen dort hinten, weil das kommt morgen am Freitag um 17 Uhr in den Luca-Shop von WE. Ihr müsst unglaublich schnell sein, weil unglaublich viele Leute an dem Kissen interessiert sind und es sehr schnell wahrscheinlich weg sein wird. Mir wurde halt gesagt, dass es das auch schon mal im Akinator gibt. Deswegen, ist deine Figur männlich? Nein. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja. Ist deine Figur in einer Beziehung? Nein. Ist deine Figur älter als 15? Auch nein. Sie ist kein Tier. Meine Figur ist allerdings auch kein Mensch. Sie besteht nicht aus Holz. Sie hat... Eigentlich hast du schon wundervolle Augen, oder? Ich sag mal, ich weiß nicht. Sie ist nicht mit Wasser gefüllt. Sie gehört Con Crafter. Sie hat... Mode-Linie? Ich meine, Luca-Shop ist schon irgendwie in einer gewissen Form eine Mode-Linie. Ich sag mal einfach, nein. Sie hat Augen. Ja, sie ist nicht im Playmobil-Advents... Alter Schwede! Im Playmobil-Adventskalender, Mann. Das waren noch Zeiten. Das Kissen kommt nicht aus einem Ukulele-Geschäft. Sie ist auch keine Flasche. Sie ist auch nicht indischer Herkunft. Sie hat kein tierisches Aussehen. Sie gehört... Croncrafter? Croncrafter? Also meint er denn jetzt eigentlich Con Crafter und hat sich nur verschrieben, oder ist Croncrafter wer anders? Meine Figur steht in meinem Zimmer. Sie hat keine blonden Haare. Sie spielt nicht Klavier. Sie trägt keine Frauenkleidung. Sie ist nicht weiblich. Sie hat nichts mit der Kritisität zu tun. Sie ist nicht grün. Sie... Wand-LP. Meine Figur hat ein Gesicht. Sie hat weißes Fell. Sie ist aus Plüsch. Sie ist kein Hund. Sie ist aus Stoff. Ja, sie ist kein Schriftstär... Luca-Kissen! Was? Ey, ihr seid echt irre, als ob das klappt. Ja, es ist das Luca-Kissen. Und es wurde auch schon 26 Mal gespielt. Na gut, das ist jetzt nicht so viel. Aber wenn man überlegt, dass einfach 26 Leute darauf gekommen sind, ob es das Kissen schon beim Akinator gibt. Alter, das ist richtig irre, Freunde. Wenn ihr übrigens schnell seid beim Bestellen von dem Kissen morgen, also ab 17 Uhr gibt es das halt im Luca-Shop, dann bekommt ihr keinen Sticker. Das habe ich zwar vor drei Tagen oder so gesagt, allerdings haben wir es zeitnah nicht mit den Stickern hinbekommen. Deswegen bekommt ihr dazu einen Flyer. Aber das ist was Neues. Also so einen Flyer, wo auf der einen Seite weißer Hintergrund und ein schwarzer Smiley und auf der anderen Seite schwarzer Hintergrund und ein weißer Smiley. Und da unterschreibe ich dann drauf. Aber davon gibt es nur 1000 bis 1500 Stück. Also ihr müsst wirklich schnell sein, wenn ihr dieses Kissen haben wollt. Sorry, falls ich so viel Werbung mache, aber ich will euch einfach die Infos geben, weil bei den letzten Launches war es immer so, dass alles so schnell weg war. Und dann kamen Leute an und meinten, so ich habe voll schnell bestellt, aber ich habe keine Unterschrift mit Sticker bekommen. Freunde, es ist echt innerhalb, es geht da um Minuten. Das ist echt irre. Mir wurde außerdem sehr oft gesagt, dass es dieses Ding, also diese Maske hier von mir, die ich teilweise für VR, Virtual Reality, wollt ihr das eigentlich nochmal haben, dass ich nochmal so Virtual Reality Dings hier mit aufnehme? Ich meine, alle anderen YouTuber geben 1000 Euro für HTC Vive aus und ich habe das Ding hier für 12 Euro mir zusammengebaut und mit Edding. Also wenn ihr es nochmal wollt, dann schreibt es mal rein und in die Kommentare. Dann werde ich damit vielleicht mal ein Horrorspiel spielen. Scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Dieses Ding wurde durch YouTube berühmt, es trägt keine Männerkleidung, sie ist nicht mit Gronkh zusammen, die Figur ist auch kein Regisseur, sie ist kein Mensch, sie gehört Con Crafter, sie gehört zur Familie einer deiner Beziehungen. Ich weiß nicht. Der Name hat nichts mit Tanzen zu tun, die Figur ist keine Flasche, auch nicht aus Holz, sie kommt nicht aus Argentinien, ist kein Hund, ist kein Tier. Ja, es ist ein Spielzeug, sie ist nicht im Playmobil Adventskalender vorhanden, sie hat nichts mit der Scheiße, sie hat in einer gewissen Form doch was mit der Elektrizität zu tun. Sie spielt nicht Call of Duty Zombies, sie trägt keine weibliche Kleidung, sie war noch nie im Knast, sie hat... Ja, die Augen sind schon schön. Sie ist nicht als dumm bekam... Ein Roboter, der per Anhalter reist, wollt ihr mich verarschen? Die Figur wurde durch mich erschaffen, sie kämpft nicht gegen Zombies, sie hat keinen Freund oder Freundin, sie ist nicht weiblich, sie hat zwei Augen, sie hat kein tierisches Aussehen, sie hat nichts mit Wasser zu tun, sie hat keinem blonde Haare, sie läuft nicht auf zwei Beinen, sie wohnt bei Con Crafter, sie hat Augen, sie stammt aus einem Spiel, sie hat etwas mit Con Crafter zu tun, sie kommt nicht aus dem... Boah, Mann, Akinator, errat's doch endlich! 2000 Jahre später. Jetzt denkt der Akinator an Susan, Alter, was ein Shit! Sie ist nicht aus Holz, sie hat etwas mit Con Crafter zu tun, sie ist nicht mit Wasser gefüllt, sie trägt keine männliche Kleidung, sie ist von mir erschaffen worden, sie ist nicht braun, sie hat nichts mit Musik zu tun, sie stammt aus einem Videospiel, sie wurde von mir ins Leben gerufen, sie spielt keine Rolle in Dark Souls, sie tanzt keine Figur bei Let's Dance, sie ist kein Alpaka, sie ist nicht wie ein Mensch gekleidet, sie hat keine Beine. Es ist nicht Vitello Akinator. Ich glaube, der Akinator wird aus dieses Gerät nicht kommen, weil wir haben dem Gerät ja eigentlich auch noch keinen richtigen Namen gegeben, deswegen sage ich jetzt einfach mal Ja bei Vitello und... Vitello wurde schon 185.000 Mal gespielt? Ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber unter den letzten Akinator-Videos wurden Kommentare verfasst von... Es kommen ja immer sehr viele Kommentare von wegen Yo, als ob ihr alles bei Akinator einreicht und ein Kommentar oder mehrere Kommentare waren auch darauf bezogen, dass mein Geschlechtsteil dort sein soll. Das testen wir jetzt erstmal. Meine Figur ist kein Tier, sie hat kein... Ja gut, meine Figur hat schon irgendwie Eltern. Sie ist real, sie ist männlich, sie... Das wär's, wenn... Durch YouTube... Sie ist nicht älter als 35, sie ist auch nicht berühmt, sie stammt aus meiner Familie, sie hat dieselbe Mutter wie ich, sie wohnt nicht in der Nähe von Stuttgart, sie stammt nicht aus der Reihe Assassin's Creed, über mehrere Tage in einem Bunker gelebt. Alter, das ist so komisch, das zu machen. Kennt man eine Figur mit einem Bart? Oh Mann. Meine Figur hat auch keine Ohren, sie ist nicht das Kind einer YouTuberin, sie hat etwas mit Sex zu tun, sie spricht nicht Latein. Sie ist nicht Wohla... Alotta Fagina Austin Powers. Was zum... Was ist das? Ich kann meine Figur jeden Tag sehen, sie hat keinen Bart, ich... Ja, ich hatte schon mal Sex mit meiner Figur, sie ist nicht auf Instagram erfolgreich, sie macht keine Kämpfe, sie kann nicht sprechen. Siehst du deine Figur im Spiegel? Ja, ich schlafe mit meiner Figur, sie ist kein Fisch, sie... Nein, sie spielt nicht in Pornos. Wir tragen auch nicht denselben Vornamen, sie ist auch nicht weiß. Sie... Ich kenne meine Figur schon seit Geburt, ich habe... Ja, ich habe mit ihr zusammen gelebt, meine Figur ist immer bei mir. Daumen. Meine Figur liebt Frauen, sie hat keine Zauberkräfte, sie hat keine Augen, sie ist nicht klein. Ja, meine Figur ist ein Körperteil, sie trägt keine BHs, sie hat nichts mit Religion zu tun. Hat deine Figur dich gestillt oder gefüttert? Ich habe meine Figur schon mal nackt gesehen, sie spielt in keinem Porno mit. Ich sehe meine Figur, wenn ich in den Spiegel schaue. Hat dir deine Figur schon mal ihre Liebe gestanden? Nein. Spielt deine Figur? Ja. Trägt deine Figur Männerkleidung? Nein. Ist deine Figur sexy? Ja. Aber deine Figur noch? Nein. MC Vagina. Rapper. YouTube. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das war nämlich echt ein bisschen komisch, als ich diesen Kommentar da auf einmal unter einem Video gesehen habe. Und ich dachte mir nur so, yo, was schreibt ihr denn das an meinen Penis? Und habe da jetzt nachgeschaut. Und nein, das ist zum Glück nicht der Fall. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Wenn euch dieser Teil Akinator gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ihr findet einen Link in der Beschreibung zum... Da ist es ab morgen 17 Uhr möglich, dieses Kissen hier zu kaufen. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut und ciao.